Jo Leute, kennt ihr Alligatoren? Hört ihr gerne Deutschrap? In diesem Video reden wir über eine ziemlich sonderbare Mischung aus beidem und ich meine damit nicht Haustiere der 187 Straßenbande. Heute sprechen wir über den Werdegang von Alligator. Der Typ ist einfach ein musikalischer Ausnahmekünstler in Deutschland. Dabei wollte Lukas Strobl, wie er bürgerlich heißt, seine Karriere gar nicht mit Musik starten, sondern als Filmemacher. Und ich finde man sieht bis heute in seinen Musikvideos, dass Alligator einfach ein Riesentalent hat, um vor der Kamera zu stehen und mit Mimik und Gestik zu acten und einfach zu performen. Nicht umsonst hat er in frühester Kindheit bereits auf einem Jugendfilmfestival einen Preis gewonnen. Allerdings merkte er schnell, dass er seine Kunst auch mit Musik viel einfacher und emotionaler unter die Leute bringen kann. Anfangs hat er dann Beats produziert unter den Künstlerrahmen DJ Diegel und gerappt als Kaliber69. Doch irgendwann wollte er dann seine Rapkarriere mit eigenproduzierten Beats starten, weshalb er sich dann die Künstlername Alligator gegeben hat, den er selber wohl auch gar nicht so gut fand. 2006 haute er dann sein erstes Album raus, Attentat. Was vom Sound her sehr experimentell war und ich glaube Counter-Strike-Spieler hat er damals auch nicht so wirklich gemocht. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass Alligator damals schon einen sehr einzigartigen Rap-Style hat. Wie er auf diesen gekommen ist und was sein Rap sonst noch so ausmacht, erzählt uns jetzt TJ. J. Irgendwie vermisst ich das Rap-Talks in seinem Namen. Die musikalische Entwicklung von Alligator. Und wie ihr wisst, Alligator begann als Kaliber69. Und Kaliber69 war reiner Rapper. Und man merkt schnell, er scheint sich von den damaligen Deutsch-Rappern zu inspirieren, sie zu feiern, aber auch irgendwie gleichzeitig hart zu verarschen. Zum Beispiel hat er hier ein Feature mit Bushido. Jeder meiner Tracks ist für meinen Stadtbezirk. Du kommst gegen uns nicht an, weil du schmutz an Astro-Stimmen. Und er hatte auch schon da ein besonderes Merkmal. Und das war seine Stimme. Nicht, weil sie besonders tief, hoch oder sonst was war. Nein, seine Stimme war immer anders. Es wirkte so, als hätte er seine Stimme nicht unter Kontrolle. So wie ein Theaterschauspieler hat er overacted. Und das hat auch dazu geführt, dass er seine Rap-Kollegen das ein oder andere Mal imitiert hat. Jo, dann hab ich noch das hier für Sie. Der Einfluss aus der Battle-Rap-Szene ist bei ihm ganz klar zu hören, aber selten gegen wirklich persönliche Gegner. Nein, er schreibt seine Lines quasi wie Punchlines, aber auf themenbezogenen Tracks. Und irgendwann kam auch das Ablegen von DJ Deagle und Kaliber 69, Alligator. Und damit wurde Alligator wesentlich musikalischer. Er hat endlich primär gezeigt, was für ein starker Sänger er ist. Und die Songs waren relativ ähnlich. Gesungene Alligator-Hook und geisteskranke Parts. Und dies führte zu den thematisch nicht so tiefsitzenden Mega-Hits von Trailer Park. Aber auch zum Radiodurchbruch von Alligator. Und das ist eine enorme Leistung gewesen. Denn so ein textlich hohes Niveau hat das deutsche Radio, glaube ich, noch nie gehört. Und seitdem auch nie wieder. Und jetzt sollte man meinen, die Erfolgsformel wurde damit geknackt. Das ist Alligator. Aber Alligator ist ein waschechter Künstler und inspiriert sich neu. Und erinnert sich an seine Jugend. Rock und Metal waren schon immer seine Einflüsse. So richtig ausgelebt hat das aber nicht. Das soll sich jetzt ändern. Und hierfür haben wir einmal den Auftritt auf den Rock-Festival Wacken, wo er seine Songs zu Rock-Versionen gemacht hat. Und er scheint Blut geleckt zu haben. Denn bei Fremdesung hat er auch die ein oder andere Rock-Hymne gecovert. Und auf den verspielten Mixtapes von Schlaftabletten Rotwein hat er im fünften Teil auch ganz eigene Rock-Songs gemacht. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Naja, mit dem nächsten Album. Rotz und Wasser soll kommen. Und eins ist anders. Er traut sich viel, viel mehr in den Parts zu singen. Es wird viel, viel poppiger, das ganze Ding. Nicht nur die Hooks sind poppig. Nein, der ganze Sound ist einfach poppig. Ab und zu ein paar Rap-Einflüsse. Aber er sagt selber, er hat sich endlich getraut, auch mal da zu singen, wo seine Fans eigentlich erwarten würden, dass er rappt. Und das hat ein paar nicht gefallen. Aber ist Alligator-typisch perfekt, wie es ist. Und was jetzt uns die Zukunft von Alligator bereitet, ob er sich nochmal neu erfindet, der Style nochmal wechselt, das wissen wir nicht. Aber so wie wir Alligator als Künstler kennen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Denn Alligator ist ein Multitalent. Er ist Rapper, er ist Sänger, er ist Gitarrist, er ist Produzent, er ist Komponist. Und das, was er auf jeden Fall ist, ist Singer, Songwriter. Denn jedes Album hat einen fucking roten Faden. Und für mich, ohne Frage, ist sowohl lyrisch, konzeptmäßig und auch vom Sound wahrscheinlich Alligator der beste Künstler, den Deutschland je gesehen hat. Und das liegt an seiner Style-Entwicklung, die immer authentisch wirkte. Damit, mein Name ist nicht nur TJ, ich bedanke mich bei Harigahari, dass ich dabei sein durfte. Und ciao. Nach dem Album Attentat, worauf Alligator sich by the way das Image eines Taliban-Terobusten gegeben hat, warum auch immer man das machen sollte, ich meine es gibt bestimmt schönere Sachen, als darüber zu rappen, wie man seinen Körper in 5 Millionen Einzelteile auf den Bürgersteig verteilt. Kam das Album Schlaftabletten-Rotwein Teil 1 im Jahre 2006, welches Alligator selber nicht mal als vorwärtiges Album bezeichnet, sondern nur als Mixtape. Doch schauen wir uns mal die Schlaftabletten-Rotwein-Reihe etwas genauer an. In so einer kleinen Autobiografie, worin er viele Informationen über die Mixtape-Reihe preisgegeben hat, schreibt er zum Beispiel, dass der erste Teil wirklich nur als kreativer Spielplatz für Songs gedacht war, die er sonst auf keinem Album platzieren würde. Er sagt über die Songs unter anderem, dass sie ungezügelt der Irrsinn und konzeptlos wären. Teil 2 gab es wie beim Vorgänger-Album nur als MP3-Datei auf verschiedenen Internetforen zum Downloaden. Ohne ein Label im Rücken war es ihm nicht möglich, die Songs auf CDs brennen zu lassen und dann beispielsweise im Mediamarkt Regalen zu verkaufen. Der dritte Teil von Schlaftabletten-Rotwein läutete für Alligator eine ganz neue Art des Liederschreibens ein, weil ihm hier einfach während er auf der Gitarre spielte, Melodie und Text eingefallen sind. Durch die Hilfe von Alligators damaligen Label Rappers Inn konnte er das Album auch endlich auf CDs veröffentlichen. Insgesamt hat er damals von Schlaftabletten-Rotwein Teil 3 1000 CDs verkauft. Beim vierten Teil wollte er ein eindeutiges Signal an die Fans senden, dass er immer noch der gleiche ist, weil zu dem Zeitpunkt er noch frisch bei Trailerpark war und viele Stimmen laut wurden, dass ihm jetzt der Ruhm zu Kopf steigen würde. Der fünfte Teil der Mixtape-Reihe war etwas Besonderes. Nicht nur, dass zwischen Teil 4 und 5 8 Jahre liegen, Alligator genoss es seit langer Zeit mal wieder auf experimenteller Art und Weise in abenteuerliche, teilweise besorgniserregende Klangwelten zu fliehen, wie er selber schrieb. Mit all den Möglichkeiten, die er zu diesem Zeitpunkt in den letzten Jahren sich erarbeitet hatte, konnte er den fünften Teil der Schlaftabletten-Rotwein-Reihe mit hochkarätigen Videos und Kampagnen glänzen lassen. Was alles dazu geführt hat, dass er diesen Teil als vollwertiges Album anerkennt. Danke übrigens an TJ, der mir die ganzen Sachen dafür zur Verfügung gestellt hat. Auf seinem Channel wird auch noch ein Video zu der Schlaftabletten-Rotwein-Reihe kommen, wo das Ganze nochmal viel genauer analysiert wird als bei mir jetzt. Lass dafür unbedingt mein Abo bei ihm da und mach da mal die 1000 Abonnenten voll. Nach Schlaftabletten-Rotwein-Teil 1 veröffentlichte Alligator dann ein Rap-Musical namens Goldfever. Das ist einfach gesagt ein 12-minütiges Video, worin er abwechselnd rappte und Comedy-Sketches eingebaut hat. Also zuerst muss ich mal sagen, ihr habt mich beide wirklich sehr überzeugt und waren sehr gut. Aber im Endeffekt muss ich dann doch sagen, der Teufel war ein klein bisschen besser. Engel, du bist raus. Im März 2008 unterschrieb er bei dem Label Rappers Inn. Dort blieb Alligator bis zum Jahre 2011. In dieser Zeit brachte er zwei Alben über das Label raus und mehrere Free Tracks, die Alligator über die Homepage von Rappers Inn veröffentlichte. Dort lernte Alligator wohl auch Battleboy Busty kennen, der später dann bei ihm als Backup-Rapper auf Tour mitging. Im August 2011 verließ Alligator dann sein Label und wechselte zu Trailer Park. Nähere Informationen dazu wird uns jetzt Aimless liefern. Joa was geht ab Leute, Aimless hier am Start. Ich komme jetzt mal zu Trailer Park. Wann wurde denn das Label Trailer Park gegründet? Das Musiklabel wurde im Jahr 2009 gegründet. Zu Beginn von Trailer Park gehörten die Musikgruppe DNP und das Rapper-Duo Pimpulsiv an. DNP heißt ausgesprochen das neue Präkariat. Bestehend aus dem Rapper Busty sowie dem Songsänger und Produzenten Beatmaster. Der hat auch beispielsweise sehr viel davor mit K.I.Z. zusammengearbeitet. Und das Rapper-Duo Pimpulsiv bildeten zusammen zum damaligen Zeitpunkt die Rappers Skinny und Timmy Hendrix. Wann wurde Alligator von Trailer Park gesigned? Nach der Veröffentlichung des Mixtapes Schlaftabletten Rotwein Teil 3 bei Rappers.in von Alligator wurde er im August des selben Jahres von dem Musiklabel Trailer Park gesigned. Timmy Hendrix wurde damals durch das Lied Namen machen auf Alligator aufmerksam und stellte den Kontakt zum Label her. Wie ist die Karriere nach dem Signing von Alligator bei Trailer Park weiter verlaufen? Ich habe das jetzt mal wie folgt aufgeteilt. Alligator hat folgende Solo-Alben über das Label Trailer Park veröffentlicht. Einmal das Album Triebwerke, Musik ist keine Lösung und Schlaftabletten Rotwein Teil 5. Alligator hat auch Mixtapes über das Hip-Hop-Label Trailer Park veröffentlicht. Folgende Mixtapes hat er veröffentlicht. Überstunden, Stromausfall, Straßenmusik ist keine Lösung und Fremde Zungen. Das war ja damals ein Cover-Album. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu den Alben, bei denen Alligator als Bandmitglied bei Trailer Park mitgewirkt hat. Das sind zum einen die Alben Crack, Street Boys 2 und 3 und Trailer Park for Life. Was waren denn die größten Hits, die über das Musiklabel Trailer Park veröffentlicht wurden? Natürlich zum einen das Trauerfeierlied von Alligator. Dann als nächstes der Song Willst Du, das ist wahrscheinlich der bekannteste Hit von Alligator. Den wird wahrscheinlich so gut wie jeder kennen. Dann als nächstes Du bist schön, das ist ebenfalls noch ein Song von Alligator. Und dann noch ein Track von Trailer Park von der Band Bleib in der Schule. Das sind für mich so die größten Hits von dem Musiklabel, wenn wir das jetzt reinmal aus der Sicht der Verkaufszahlen der verkauften Tonträger betrachten. Wann war das Ende von Trailer Park? Am 9. August gab Trailer Park die Band auf Facebook ihre Trennung bei gleichzeitigem Bestehen des Labels bekannt. Ich möchte euch jetzt noch kurz von dem Facebook-Post ein paar Zeilen zitieren. Man soll die Feste feiern, solange sie noch Spaß machen und am besten verlässt man die Party auf dem Höhepunkt. Trailer Park war schon immer eine Band der Superlative mit einem Händchen für die richtige Portion Humor, Rebellion und Crack. Nach vier alten, diversen Gold- und Platinauszeichnungen und einer ganzen Reihe geschwängerten Teenagern ist das Ende der Fahnenstange gediebfroated. Gehen, wenn es am schönsten ist, was viele andere Bands leider verschlafen haben. Das war's jetzt mit meinem kleinen Gastpaar zu dem 1000-Abonnenten-Special von Harigahari. Zum Schluss möchte ich mich noch bei Harigahari bedanken, dass ich hier mitwirken durfte und tut mir bitte alle einen Gefallen, Leute. Abonniert den Kanal von dem jungen Video-Creator, der macht richtig gute Videos. Liked dieses Video und smasht den Abonnier-Button voll. Das war es jetzt von meiner Seite. Macht's gut, bleibt gesund und haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Vielen Dank, Bro. Schaut doch unbedingt bei ihm vorbei. Alle Leute sind verlinkt in der Beschreibung. Im August 2013 veröffentlichte Alligator sein drittes Album Triebwerk, was auf Platz 1 in die Charts einstieg und im Jahre 2014 den Goldstatus erreichte. Die Single Willst Du, die auch auf dem Album war, erreichte es sogar Doppel-Platin und sollte Alligators größter Hit werden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber allein schon, wenn der Beat anfängt, bekomme ich so krasse Nostalgie-Kicks. Danke Alligator für diesen Song, der auch meine Jugend geprägt hat. Am 27. November 2015 erschien Alligators viertes Album Musik ist keine Lösung, worin er wieder viel Gesellschaftskritik äußert mit so Singles wie Vor Gericht, Lass liegen und Denk an die Kinder. By the way, das Album konnte ebenfalls die Marke von 200.000 Verkäufen knacken und wurde ebenfalls wie das Vorgängeralbum Triebwerk mit Platin ausgezeichnet. Am 3. Dezember des selben Jahres gewann Alligator die 1 Live-Krone in der Kategorie Bester Hip-Hop-Act. Da fällt mir gerade ein, haben wir überhaupt über Alligators Live-Performance geredet? Für mich ist der Typ einfach einer der besten Live-Künstler in Deutschland, wenn nicht sogar der Beste. Angefangen haben seine überragenden Konzertauftritte 2011, wo er das erste Mal mit Pimpulsiv, Sudden und DNP auf der Pep No Stays Tour verschiedene Städte in ganz Deutschland besuchte. Und danach wurde Alligator auch auf gefühlt jedes Festival gebucht. Egal ob Rock am Ring, Wacken, Hurricane Festival, Splash und ja liebe Shindy oder Tilo Fans, so sieht jemand aus, der wirklich einen Splash-Auftritt hinlegen kann. Das Ding ist, Alligator nimmt alle Playback-Rapper sowas von hops, weil einfach die Crowd sein Playback ist. Also wirklich, was will man mehr? Ja, 100% live-gerappte Parts und gesungene Hooks, abwechslungsreiche Bühnenbilder, ultrageile Stimmung in der Crowd, weil die einfach jede Zeile mitrappen können. Im Prinzip könnte Alligator sich auch einfach auf die Bühne stellen, das Instrumental anmachen und die Crowd den Rest überlassen. Natürlich hat Alligator auch Backup-Rapper wie zum Beispiel Battleboy Basti. Ich meine, selbst wenn man ein begnadeter Ausnahmekünstler ist, braucht man hier und da mal ein bisschen Support auf der Bühne. Alleine auf die Bühne gehen wäre ja auch komplett dumm. Ich meine, wer macht denn sowas? Irgendwie ist mir gerade aufgefallen, dass wir jetzt schon einige Minuten keinen Gast mehr am Start hatten. Sag mal, wie kann das sein in meinem 1000-Abonnenten-Special? Ey, Merd, drop uns mal 5 Random-Fakten über Alligator. Psst, Leute, ich hab mich ja auch in das Video eingeschlichen. Erzählt dem haarigen Harry aber nichts davon, okay? Ich hab jetzt hier 5 Random-Fakten über Alligator, Freunde. Und legen wir auch mal direkt los. Der erste Fakt, habt ihr euch je gewundert, wo Alligators guten, krassen Talente überhaupt herkommen? Und zwar hat er die von seinen Eltern geerbt. Seine Eltern waren Schauspieler und Tänzer. Er war als Kind oft im Theater anwesend, als seine Eltern Auftritte hatten. Und seine Eltern haben auch oft mit ihm gesungen, zum Beispiel am Esstisch oder an Feiertagen. Und so hat sich Alligators Talente noch allmählich entfalten können. Schon im Kindesalter. Der zweite Fakt. Wo ist es ja, dass zwischen Kollegah und Alligator eine Art Verbindung besteht? Weil Alligator Kollegah imitiert hat. Alligator selbst ist dafür bekannt, Rapper zu imitieren. Er wollte aber nie als Rapper, der nur Leute imitiert, abgestempelt werden. Aber auf dem Song Kunst des Bitons und Kunst des Bitons Reloaded imitiert Alligator massiv, Semi-Deluxe, Farid Bang, Haftbefehl und noch viele mehr. Später kam dann der Song Nervt Nicht, worauf Alligator am Ende des Songs als Kollegah rappt. Die Stimme klingt fast original, wie von Kollegah. Ein Bildung ist auch eine Bildung. Ich bin so fame, ich kann mit jedem Rapper featuren. Ich muss nur daran glauben, meine Freunde. Ich komme mit Blink, Blink und Platinkette in deine Kindertagesstätte. Dein Verhalten ist durchschaubar wie in der Wintergartenrecke. Ich mache Kriminalverbrechen, weil ich euch mit Ecstasy versorge. Der dritte Fakt. In einer Zeit, wo Leute TikTok als Werkzeug nutzen, um irgendwie einen Hauch von finanzieller Unabhängigkeit zu erreichen, kommt Alligator daher und zieht über diese ganzen Leute hinweg, indem er seit 2020 einen TikTok-Account führt, wo er jedem Video nur Wasser trinkt. Das ist doch mal ein Diss, oder Freunde? Der vierte Fakt. Alligator machte ein Community-Musik. Das Ganze eignete sich 2018, wo Alligator ein Aufruf startete, dass seine Fans ihm Bilder zuschicken sollen, die dann zu einem Musikvideo zusammengeschnitten werden. Diese Bilder oder dieses Musikvideo waren für den Song die grüne Regenrinne gedacht. Der Song war bereits auf einem alten Album von ihm veröffentlicht worden und sollte dann durch die Hilfe der Fans ein Musikvideo bekommen. Und zu jeder Zeile in diesem Song sollten dann die Fans auch Bilder dazu malen, die dann natürlich auch dazu passen. Unter anderem malte auch der YouTuber Mimi ein Bild, welches man am Anfang vom Musikvideo sehen kann. Der fünfte und letzte Fakt. Alligator singt auf Hochzeiten. Am 4. Februar machte Alligator einen Insta-Post, wo er schrieb, dass man ihn ab sofort für Hochzeiten buchen kann. Und danach toolten direkt die Anfragen hinein. Insgesamt soll er über 1000 Hochzeitsanfragen bekommen haben. Aber am Ende wurden nur vier davon ausgewählt. Die Auftritte auf den Hochzeiten wurden von einem Kameramann begleitet und wurden später in dem Musikvideo zu dem Song verloren eingebaut. Okay Freunde, erzählt ihm nicht, dass ich hier war. Macht's gut. Oh und alles Gute zu den 1000 Abos, Bro. Vielen lieben Dank, Orhan Mert. Er ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut bei ihm auch sehr gerne vorbei. Am 14. September 2018 erschien dann Schlaftabletten Rotwein Teil 5, worüber ich ja schon gesprochen habe. Zeitgleich haute er auch das Cover-Album Fremde Zungen raus mit gecoverten Songs von Slipknot, Rolf Sukowski, Ramstein und noch viele mehr. 2019 trat Alligator die Wie-Zu-Hause-Tour an, benannt nach dem gleichnamigen Song auf dem Album Schlaftabletten Rotwein Teil 5. Für 2020 war ein Wie-Zu-Hause-Open-Air angekündigt, was in Rostock, Dresden, Erfurt, Ludwigsburg und Osnabrück stattfinden sollte. Jedoch wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Stattdessen spielte Alligator mehrere Autokinokonzerte mit dem Titel Autoimmun. Kreativer Name für die damalige Situation, by the way. 2022 kündigte Alligator sein 5. Studio-Album Rotz und Wasser an, auf dem so Songs wie Stay in Touch sind, was so ein richtig deepes Feeling hat. Ja, klar sind deepe Songs bei Alligator nichts Neues, aber normalerweise kombiniert er deepe Texte und Feeling mit so einer Prise Selbstironie und Humor, was bei Stay in Touch zwar auch irgendwie der Fall ist, vor allem wenn man das Musikvideo kennt, aber es wirkt trotzdem auf mich noch emotionaler und gefühlvoller als andere Alligator-Songs, die in diese Richtung gehen. Oder auf jeden Fall berührt es mich auf einer anderen Ebene. Aber auch Songs wie Nachbeben, Verloren oder Nichtadoptiert, die ebenfalls auf dem Album sind, wurden künstlerisch wieder sehr gut in Szene gesetzt. Auch durch die Musikvideos, wo Alligator im Vergleich zu vergangenen Werken nochmal eine ordentliche Schippe draufgepackt hat. Er sagte auch in einem Interview mal, dass viele Leute, die das Album hörten, Emotionen verspürten, die sie zuletzt durch die Pandemie erlebt haben, sowie Trauer oder Einsamkeit. Und das, obwohl er viele Songs schon 2019 fertig hatte, wo es ja noch kein Corona gab. Danach startete Alligator ein Format, wo er Songtexte von dem Album Rotz und Wasser analysiert, beziehungsweise ironisch kommentiert und neue Interpretationsmöglichkeiten schafft. Herzlich Willkommen zu Alligator erklärt seine eigenen Texte. Das heutige Lied heißt Nachbeben. Ist die Königsdisziplin. Yeah, yeah, yeah. Dreimal yeah. So als würde man einen Flaschengeist rufen, der den Namen yeah trägt. Hier zeigt sich auch eine gewisse Hilflosigkeit, hier zeigen sich die Wünsche. Eines Tages sagen sie, werden mal deine Träume wahr. Ich hoffe nicht, denn ich träumte, ich wäre ein Räucheraal. Dies war die ursprüngliche Version der Zeile. Das fand ich allerdings etwas zu albern, deswegen habe ich es einmal geändert. Später im Text verfalle ich wieder in alte Albernheiten und deswegen hätte ich es mir auch gleich sparen können. 2023 ließ es Alligator etwas ruhiger angehen. Bis auf den Song Salzwasser von dem Musiker Bosse, wofür Alligator ein Feature machte und dem Livestream-Projekt Nadelhorst, was in Zusammenarbeit mit Amazon Music entstanden ist, kam von Alligator nicht wirklich viel dieses Jahr. Es gibt sogar ein paar Anzeichen, dass er dieses Jahr seine Karriere beenden möchte. Zum Beispiel hätten wir da das Jesuskreuz, was man in dem Musikvideo zu dem Song Trauerfeierlied sehen kann, wo drauf steht, gern geschehen Alligator 1998 bis 2023. Was ziemlich krass wäre, weil dann hätte er einfach schon vor 10 Jahren sein Karriereende bekannt gegeben. Was aber auf jeden Fall dafür spricht, ist der Post, den er vor ein paar Tagen auf Instagram veröffentlicht hat. Mit der Unterschrift Marktforscher wissen, ihr werdet Alligator vermissen. 2023. Viele Fans spekulieren ja gerade, dass er nur seine Kunstfigur Alligator beerdigen will und dann unter seinem richtigen Name weiter Musik veröffentlicht. Was auf jeden Fall zu hoffen ist, weil Alligator ist so ein einzigartiger Künstler und eine Bereicherung für die gesamte Deutschrap-Szene. Aber was denkt ihr, wird Alligator seine Karriere in diesem Jahr noch beenden? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.